Musik Die Hirawada ein Programm über der Radiosendung Licht vom Evangelium. Das Programm Licht vom Evangelium wird in Winnipeg, Manitoba und Kanada gemerkt. Anst du Bede ist, dass das Programm, das Geistliche Leben und die Christliche Familie stört wird. Das ist auch anst du Bede, dass Menschen durch dieses Programm zum Glauben an Jesus Christus kommen möchten. Die Freie anst du, die werden ein Herz gewellen. Anst du Bede ist, auch nun war da, dass die durch die Michte in den Glauben gestört werden, abdemontat und getreist werden. Wir wünschen euch einen guten Empfang in Gott seinen Rieken sehen, wann die nun herrscht. An Mikrofon ist, was ihr Bruder und Deiner, Jakob Funk. Die Bede zum Anfang noch taub. Himmlische Vorder, wir sind so dankbar für diese Gelegenheit, dass das Radio mit all die, was in verschiedensten Ländern war, die Gemeinschaft zu haben. Die Bede, dass diese halbe Stunde nun auch alle zu Rieken sehen sind, wenn unsere Freund und Tehrer nun dein Wort hierher, dann möchten sie durch die Dott rieken, wo es ein und ihr Alldagsleben persönlich fehlt. Mochten sie durch ein Kraft, Maut und Trost finden. Ich Bede auch, dass ein dein Wort den Maut geben wird, die trü und die Hörsam zu dienen. Wir danken euch auch für unsere Erleisung der Dienen Sein, Jesus Christus, und wir sind die Namen wie das Bede. Amen. Amen. Jesus Christus, Christus, und wir sind die Namen wie das Bede. Amen. 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 Gott, auf die Fehlbewege, komm, komm und seh, dort sollst du den Herrn und Sehne, komm, komm und seh. Zeich, doch du, doch Schwinden, komm, komm und seh. Von da haben wir zwei Geschichten an Lukas Kapitel 8, von Vers 5 durch Tieren und an Lukas Kapitel 8 Tieren. Von Vers 5 durch Tieren und an Lukas Kapitel 8 Tieren, von Vers 5 durch Tieren und an Lukas Kapitel 8 Tieren, von Vers 1 durch Tieren. Lese. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 In der zweiten Geschichte, wo die Wetfrau dem Recht der Pracht hat, er recht zu verschaffen, sagt der Herr zum Schluss, wird Gott nicht seine Unterwählte zu errecht verhalten, weil er am Dagenacht durch ihn anheuert. Und wird er sich lange prachter lassen? Er sagt, dass er sehr bald zum Recht verhalten wird. Wenn diese zwei Geschichten für sich allein nehmen, können die Seierleicht anreicht verstanden werden. Das ist immer gefährlich, wenn man eine einzelne Fasche in der Bibel nennt, zum Udlaie. Jede einzelne Fasche muss am Töpfhang vom Ganzen sein werden. Was lernt uns dann diese Geschichte über das Bede? Erstens lernt uns diese Geschichte nicht, dass Gott schloppe das. Dort hat er schloppe gehauen und anwälte es ab der Stunde, seine Kinder dort zu gehen, wird er empfiehlt. So ist das nicht mit einem Gott, der immer über seine Kinder wirkt, Dagenacht und auch alles weit. Gott ist auch nicht ein angerächter Rechter. Jesus will damit wiesen, wo viel anders ans Vorder im Himmel ist, als Menschen sind. Wo der Herr betonen will es, dass wenn irdische Vorders, die doch übel sind, ihre Kinder trotzdem Gäude gobegeven, in ein angerächter Rechter recht verschauft, der es am Anhöhlend, durch am Gebrach hat wird, wo viel mehr wird Gott, der ein gerächter Rechter ist, in ein Vorder, und dem kein Übel ist, viel mehr Gäude geben, in ein Recht zu kommen, loht er den, der am Freude. Eine zweite Wahrheit, der ans Bett Geschichte lehren will, will er es, dass das Verrecht zu beten nicht für alle Menschen da ist. Jesaja vielleicht, wachten bet, alle Menschen können Gott zu Gott beten. Das stimmt, aber nicht alle Menschen können Gott aus ihren Vorder anbieten. Die Idee, dass alle Menschen auf der ganzen Welt Gott seine Kinder sind, ist eine Erlehr. Alle Menschen auf der Welt sind Gott sein Geschöpf, gotthafte Allergemöcht, aber bloß die, wo ich die Wahrheit gebührt, die Erleisung, die ich Jesus Christus erlebt habe, und so seine Kinder geworden sind, die hier an Wertlichkeit zu Gott seine Familie. In der ersten Geschichte sagt der Herr, dass der Mensch nur seinen Freund nicht nur einen fremden. Um ein von der Geschichte sagt Jesus, den Futter am Himmel. In der zweiten Geschichte von der Wehfrau sagt der Herr Wader, wort nicht Gott seine Uterwählte zu erreicht verhalben, die am Dach und Nacht durch den Anheulen aus der Schriftgeleid den Pharisäer über Jesus doll wäre, wird sie zuerst gesagt hat, dass wenn sie wirklich Abraham seine Kinder wäre, würde sie auch so döne als Abraham die döne hat. Zagt er haar wieder, wenn Gott die Unvorderwählte würde ich mich liefen, wird es echt sich von Gott gekommen, und doch will die mich dood machen. Da sind zwei Familien auf dieser Welt, Adam seine und Gott seine und Gott seine Familie woher wir in den Geboren durch den Gluven und seinen Sehen durch die Wadergeburt. Diese Geschichte lernt auch nicht, dass wir Gott noch irgend wird verhogen können und er uns dort geben wird, wenn wir lange genug dohnen prachen. Wenn wir diese zwei Geschichte versich aufbaut lezen, macht das so schienen, als wenn wir haben, nur lange genug, um eine Zeug beden, und Gott wird uns dort geben. Auf einer anderen Zeit sagt er haar Opa, alles was die an meinem nome bede worden, was die geeft worden, und seine nome zu bede bedienen, dass wir seine wille bede. Das wird Gott sein wellen für uns es, was er uns immer wille geben, wenn wir haben, dort am Bede. Du hast noch eine Sache mit dem Gebet, wo das Leben in unserer Geschichte klar rutsch kommt. Daher redet ich darüber, dass eine Mensch lebe dort, wenn wir Meier aus einmal an derselben Sache beten, ein Tätchen davon ist, dass wir nicht Glauben haben. Wir lesen aber in der Schrift, dass Gott manchmal nicht vor das Gebet antwortet, daat, kriegt am an Glauben auf die Prüf zu stellen. Tätchen meint das dann, dass wenn ich wirklich lebe, dass Gott je Bede erheer daat, wo ich nicht abgeben. Dann wo ich anhören mit Bede. Er hat uns auch nicht versprochen, dass er immer voors antworten wird, oder kriegt so, als wir dachten. Wenn wir aber nach Seinen willen beten, können wir uns doch ganz abverluten, dass erheer wird. Gott will nicht prach seinne, und doch es das sehen wille, dass wir am noch sagen vreue. Das gode es, dass wir mit freidigkeit noch am kommen können, am die Bede. Bede. S seah hat Gott er hat ihn lebt, so seah hat Gott er lebt, doch he sie en geboren seien Amen. Anze Programme sind alle Upsideys zu haben. Eine Side mit zwei Programmen kostet 10 Dollar. Schickt uns das Geld mit, wenn ihr dort bestellen. Und wenn ihr nicht in Kanada wohnt, kennt ihr diese Programme von der Station, wo ihr die hier kriegt. Die Nummer für das Programm ist 948. Wenn ihr das von diesem Programm bestellen möchtet, dann fürchten wir das Programm Nummer 900 ein Achte für dich. Wir danken für die Unterstattung, die uns das möglich macht, Gott seinen Mut unterstrahlen. Macht Gott ihn wirklich sehen. Und nicht verabschiedet, wie uns das von jüngst. Wenn Gott so will, hier ihr ein Widerprogramm durch die Sendung Licht vom Evangelium am einen Weg, ab derselben steht, an derselben Zeit. Wenn ihr Frauen oder Bemotungen durch die Sendung habt, schreibt uns. An der Anschrift ist, Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L 01, Kanada. Und nun noch Gott mit tun. Wollt ihr uns am einen Weg weiterhören. Wollt ihr uns am einen Weg weiterhören. Gott gliedert. Wollt ihr euch ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK